Haben wir die Ehre, Leute? Ja, wir haben es mal wieder getan. Wir sind auf und zu so viel gefahren. Es ist bedeckt, es ist kalt, es sind aber wahnsinnig viele Leute da. Und es macht schon wieder übelst viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß bei diesem neuen Oktober-Vlog. Hallo? Entschuldigung, hast du mit mir geredet? Ja, Toni ist auch mittlerweile. Ihr seht schon, er ist extrem windig. Scheiße laut! Scheiße laut! Ihr werdet mal gucken, was das Video so bringt. Ich habe noch keine Ahnung, einfach nur einen Tast vor Band für uns. Und ich würde sagen, es ist definitiv Zeit für... Gucke es an! Für ein Bier, nicht für... Super, ich wollte Bier und er will Teppich rutschen. Der Tag 9. Ich gehe keinen Teppich rutschen vergessen. Es gibt keine Ahnung. Ich glaube, wir haben unser E-Series, Seppi muss schreien und den Angst gekotzen muss, gefährt gefunden. Und zwar den... Mein Energy. Ich muss gestehen, ich bin erst das Kind schon mal gefahren. Und es war einfach nur schrecklich. Aber... Ihr seht, Toni ist ganz begeistert worden. Und einfach nur meine Seele aus dem Zeitraum werde. Also, ich würde euch ganz, ganz, ganz fies machen. Ich habe Angst! 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 Ja Toni freut dich! Das ist nur zum Aufwärmen da! Jedes Jahr frag ich mich wieder, warum tru ich mir das an? Ich weiß es nicht! Was? Du kannst mich doch nicht so erschrecken! Du ziehst die Glacke! Du ziehst die Glacke! Ich glaube, es geht los! Ich habe Angst! Hallo Steppi! Hallo! So, jetzt seht ihr auch mal hier so einen kleinen Rundgang. Da müssen wir gar nicht Riesenrad fahren, um alles zu zeigen. Ich weiß, es geht wieder runter! Es geht runter! Es geht wieder runter! Oh mein take statt! Wie geht es dir Steppi? Warum? Aufwunsch und aufwunsch und Jungs, wir sind mal am 5. Mai, geht sich schon aus, zackig zackig. Ich will die Kirsche. Ich will die Kirsche, ich will die Kirsche, ich will die Kirsche. Tonys Aufgabe ist jetzt beim Losenschießen, mir lief Einhornpriesen, ich will dieses Einhorn. Genügend Zwiewasser hat er mit mir getrunken, also ich glaube, ich kriege das hin. Vielleicht ist es auch, wenn die schwer liegen, die müssen alle hinten runterfallen. Ja. Tja, dann. Das funktioniert niemals. Liegt ja gar nichts. Eben, zwei Bällen, vier unter den Wettkriegen. Ich glaube, das wäre nichts. Nein, 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 da werde ich arm damit. Diesen kleinen Fluffy haben und ich habe ihn gekriegt. Gib mir die Tröte, ich will auch mal tröten. Drei Mal benutzt, schon ist die kaputt. Wie Steffi hat gesagt, der High Energy, der war zu langweilig. Steffi, ich will jetzt was Richtiges fahren. Ja? Ja? Jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Ja. Ich hab da schon mal was. Bock auf ein bisschen Geisterhaus. Nein, nein, nein. Ich war da keine, weil da ist ein Bad. Ah, ah. Freust du dich, Steffi? Ich mach mich. Das war's für heute. Gebt euch die Aussicht. Ich hab Angst. Okay, okay. Mach keinen Scheiß. Scheffi hat voll Angst, ihr Hohen. Ich bin wieder runter. Guck dir das an, keine Ameisen. Erst nach diesem Gefährt war ich definitiv hier. Es war definitiv. Es geht wieder los. Ich bin unbedingt mit dem Schwanstein. Bis zum nächsten Mal. Wir haben versucht uns mal ein kleines ruhiges Plätzchen zu suchen. Es ist heute wirklich schwer. Ihr wisst ja, morgen ist Feiertag. Ihr könnt das gar nicht wissen. Morgen ist Feiertag. Wir sind heute am Dienstag, am 2.10. auf der Wiesner. Ihr könnt euch vorstellen, war es kurz vor dem Feiertag auf der Wiesner Ost. Alle Geschäfte drehen die Mucke übelst laut. Ebenwunsch, das Plätzchen zu suchen, ist wirklich ein Glücksgriff. Wir sitzen jetzt hier gerade in Paulana irgendwo ganz hinten im Biergarten und verarbeiten gerade mal diese Fahrt. Zumindest ich verarbeite diese Fahrt. Es war anstrengend. Es war schreibedürftig. Es war einfach nur... Es war die ganze Zeit immer sowas, die ich selber mitgemacht hatte. Es sind immer nur Bilder. Es ist ganz nett. Aber wenn ich selber drin sitze, dann ist es die Hölle. Es ist die Hölle. Toni feiert sowas immer, weil ich sie drinnen schreibe. Und ich sehe das im Hals. Die Haare sind noch überall kreuz und quer. Aber ja, wie gesagt. Stittes Plätzchen dieses Jahr ist ein bisschen schlecht. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Aufnahmen einigermaßen hörbar sind, was wir gemacht haben. Und von dem her würde ich sagen, Trägen wie Toni liegt jetzt erstmal. Und dann ist es. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Das war genau so viel mit dem letzten. Wir hatten auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß. Ja, ganz toll. Hallo! Oh Leute! Da bildet mich jemand! Da sind Belgien! 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 Ja Leute, genauso läuft es. Du lernst einfach Leute kennen, die du nicht kennst. Aber ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß. Wir suchen jetzt wirklich noch eine halbe Trinke. Und dann geht es für uns auch nach Hause. Es war wirklich extrem kalt. Es ist aber noch ungemütlich. Der Wind weht. Aber dennoch... Oh! Es gab noch einen guten Set. Oh! Belgien! Belgien! Ja! Das war der Wind. Jeder hat mir Spaß gemacht. Wie ihr, glaube ich, an diesem kurzen Ausstatt auch sehen konntet. Und ja, in diesem Sinne, ich verarschle mich und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Spannend, Spannend, Spannend. 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 Jury bin Spannend. Und damit schwimmen. Spannend. Ylan schrumpf in den doubt chord. Untertitelung des ZDF für funk, 2017